Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Olympischen Freedom Squad-Spiele am heutigen Tag zusammen mit German Let's Play für die Schweiz. Grüezi. Maudado für Japan. Guggenau. Ich hab ein bisschen gespuckt. Und Palette für Deutschland. Maudado startet die Olympischen Freedom Squad-Spiele. Beim letzten Mal hatten wir ja die Bundesjugendspiele. Die haben wir versucht ein bisschen nachzuspielen. Es war sehr interessant, Leute. Zieht euch rein. Aber jetzt Hürden. 110 Meter der Herren. Da werden jetzt mal die Ärmel hochgekrempelt, Leute. Ich hab gar nichts an. Wie, du hast nichts an. Ich hab nichts an. Dann kannst du nicht hängenbleiben. Das stimmt. Das ist gut. Ja, obwohl. Ich bin in der Mitte. Hallo. Fertig. Hier ging es nochmal nach vorne, ne? Ja. Nee. Oh, oh, oh. Okay, ich hab den Sprung geschafft. Ich hab den Sprung geschafft. Und den ist laut. Und den ist laut. Nee, den nicht. Oh ja. Oh ja. Germany. Germany. Oh, miss. Weil ich hier einmal hingebringen bin. Der uncoolste Sportler der Welt. hat's geschafft. Indem er gedeppt hat. Deutschland deppt sich den Sieg. Aber sowas von. 1341. Ei, 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 ei. Eine Legende. Japan hat scheinbar nicht so die krassen Sprinte. Aber müssen wir respektieren. Dafür sind sie halt sehr gut. Warum werde ich eher direkt gedemütigt? Hallo? Wieso? Ich hab doch nur gesagt, dass du in dieser Disziplin nicht so gut bist. Das ist ja kein Demütigen. Das ist ein Analysieren. Sind die Japaner da so sehr? Ich hab mein Gesicht verloren. Ich werd mich abstechen. Kann nicht mehr nach Hause. Das ist jetzt der Maudato. Was ist denn hier? Äh, Watashi wa Maudato des. Ja, das denken wir auch hier. Kawachi wa. So. Wie ging das nochmal? Toyota. So nicht anscheinend. Ah, das stimmt nach hinten. Und? Diese Leute, die da stehen und direkt warten. Hä? War das viel? Das war, das war, okay. Das war, ich hab, ich hab, ja. Hui. Hui. Ich dachte, ich war schon, ich hatte sogar einen perfekten Wurf. Aber ich bin, ich hab zu, zu früh losgelassen. Oh, nee. Oh, nee. Zweimal in Ruhe. Guter Winkel. War der auch wieder 35? Ich hab wieder einen perfekten Winkel. Als oft. Aber diesmal. Ja, was muss ich denn erreichen? Als ob, der geht sogar weiter. Ja, genau, Maudato. Ja, klar. Natürlich, natürlich. Was? Ich war, ich hatte nicht mal die Leiste komplett voll. Ich auch nicht. Hä? Was sollt ihr denn für Abschauen? Oh mein Gott, ich hab die Leiste halb voll. Krass. Ja, wieder perfekter Winkel. Aber diesmal bin ich übergetreten. Ja, der Winkel ist entscheidend. Der Winkel ist einfach sau wichtig. Krass. Sieben, so weit haben wir noch nie geworfen. Also ich bin ja heute. Oh, das ist ein Schuss. Oh, toll, wow. Hey, ich werd immer schlechter in dem Aufwürgen von dem Ding. Ja, ich auch. Ich auch. Ja, ja. Ach du Schacke. Was ist das denn? Oh, der geht aber trotzdem unwahrscheinlich weit. 93,90 so weit haben wir Spinal gegessen oder so. Ich bin mega der Popeye, Alter. So, jetzt. Zweiter Seemann. Oh, das war mal ein gutes Rennen. Oh, perfekter Winkel. Oh ja, bei dem Unklick. Schau mal. Oh ja. Da hätt ich auch noch weiter vorgehen können. Nein, ungültig. Ey, ich hätte ungelogen. Oh mein Gott. Ich hätte... Was? Äh. Maut. Ei. Alter. Junge. Das hol ich noch auf. Nein, sag das nicht. Es wird warm, wenn du es sagst. Nein. Guter Winkel. Na, verdammt. Verdammt. Ja, auch noch gut. Ne, schaffe ich mich. Schade. Miss. Schade. Ich kam gerade rein. Ich war auch gut, aber egal. Nicht letzter. Sehr gut. Erster und Zweiter. Damit kann ich bis dahin leben. Ist ein guter Tag. Immerhin Erster. Hallo. Hallo. So. Der Turnsport. Guck mal, Alter. Wie gelenkig. Das ist doch für uns was. Seid ihr gelenkig? Ja. Oder? Ja, ich kann Spagat. Das glaube ich auch gerne. Kann er nicht essen. Ich wäre jetzt hier, aber... Was gibt es hier? Gehechtete mit anderthalb Schraube. Oh Gott, was sind das denn für Tasten? Oh ne. Warum habe ich das genommen? X, Y, B, Y runter? Was? Oh ja, dann nehme ich jetzt noch was anderes. Ich kenne die Tasten nicht. Oh scheiße. Was ist das denn jetzt hier? B, 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 okay. Oh nein, ich bin viel zu lang. Oh nein. Oh nein, ich habe... Ah! Oh Gott. Ich bin gestört. Meiner war viel zu lang. Und danach... Oh wann? Nochmal, ich kann nochmal. Er freut sich trotzdem. Ja, warum? Okay. Guck dir... Alter, ja gut, ich habe verloren. Er ist mir in den Durchschnitt genommen, oder? Ja. Hab ich jetzt... Warte mal. Hab ich jetzt... Du hast mehr als ich? Ja. Ich hatte echt einen krassen Unfall. Ich hatte aber auch Probleme. Einfach nur. Oh Gott. X, Y... B, Y, B, Y, B runter. Das hilft nicht. Klar. Ich mach das jetzt. Hä? Ich hab doch gedrückt. Aber bei mir vielleicht gar nicht so schlecht. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Was zur Hölle? Okay. Ich brauche jetzt. Oh ja. Let's go. Let's go. Deutschland. Als auch. Jawohl. Also beim ersten hab ich mir irgendwie fast das Genick gebrochen. Der zweite war ganz okay und ich bekomme trotzdem nur drei. Ja, schade. Also... Machste nix, ne? Er hätte meinen letzten Auftritt sehen müssen. Ich bin einfach nur gesprungen und hab nichts gemacht. Ey, meiner ist... Ich hab am Anfang... Und bin auch hingefallen. Wollte ich mit B sprinten. Und er hatte halt gar keinen Schwung. Er ist wie so ein alter Rentner, da so längs gelaufen. Und hatte dadurch natürlich auch... Ja gut. Generell nicht viel Kraft. So. Nein. Nein. Irgendjemand wird wieder verfügelt. Ich hoffe, ich zink's nicht. Nein. Nicht das. Ja, toll. Danke. Hm. Ich schön hinten. Wie gehen wir das nochmal? Einfach A drin? Einfach A drin. Ja. Äh. Ah ja. Ganschel, ganschel, ganschel. Ey. Der Deutsche wieder. Mann. Guck mal. Scheiße. Was soll das? Ich bin zu vorne. Nein, 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 nein. Nein. Ja, ausgetrickst. Aua. Ey, du bist so Sonnenkammer, ey, nein, 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 du bist so ein Mülleimer, du bist so ein Mülleimer. Mann. Ja, wie ich dich genast hab. Wer macht da nur die ganze Zeit vorne, Alter hat einen schönen Cocktail gemischt? Ja, ich hab mich einfach auch nicht mitprügeln müssen. Und trotzdem so knapp. Was zur Hölle. Ja, doof, oder? Ja. Ja. Oh, neun noch. Oh, das ist jetzt, wir haben nur noch eine Disziplin, ne? Ja. Heißt das, ich kann auch noch gewinnen, ja, ne? Nein. 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 Aber wir können entscheiden, ob ein paar Luten oder ich gewinnen. Ja, das stimmt. Wer von uns jetzt weiter vorne landet, der hat gewonnen. Oh nein. Nein, aber warte, Disko und ohne. Discos werfen, ne? Oh ja. Das, das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Let's go. Ich will den Schwung. Hol den Schwung. Boom. Bam. 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 Oah. Oh jetzt. Ui. Oh jetzt. Flraccaaaaaaaaaa. Er war gut. Guter Winkel. Oh, oh, guck, 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 guck. A8. Guter Winkel. 69. Verdammt. Sehr gut. Oh clearly Alter. Na natürlich, natürlich habt ihr mehr. Prozent aber nur ganz wenig ja eben das ist noch nicht nur ein Zeichen ich bin es ist und es heißt so ist das für euch zu machen aber kleiner Winkel nach Gott 8,000 aber nicht das nix das nix mehr hat der Winkel ist auch wenn ich mich schalte du musst einfach nur nach links und nach rechts ja aber ich hatte ja den Perfekt der Linken und alles und hier. So, jetzt. Nach oben. Oh, großer Winkel. Was mach ich denn? Ich krieg nicht den richtigen Winkel hin. Kleiner Winkel. Ja. Ach, Leute. Nur ein Trauerspiel zwischen uns rein. Die Kraft ist immer richtig gut. Ja, bei mir auch. Die ist immer fast voll. Aber jetzt? Oh, kleiner Winkel. Oh, 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 das könnte sein. Ja, komm. Hä? Das war schlechter? Welcher Winkel? Welcher Winkel ist denn gut? Ich verstehe es halt auch nicht. Jetzt. Komm. Kleiner Winkel, was machst du denn? Guter Winkel wieder. Ja, aber was ist denn der Perfekte? Hä? Was will er denn? Ich bin wahrscheinlich wieder 35 oder 44. Was denn? Weiß ich nicht. Ich bin nie in der Nähe. Ich bin aber beim kleinen Winkel. Zwei. Drei. So, und jetzt einfach rein da. Bam. Oh, er macht Fotos. Guter Winkel. 44. Oh ja. Perfekter Winkel. Das wird niemand schaffen. Alter. Alter. Was ist das denn? Let's go. Welcher Winkel war es denn? Oh, Maudado, was für ein 44er Winkel hatte ich. Sportsmann, der applaudiert. Das ist ein guter Verlierer. Klar, es war auch echt spannend gegen dich zu spielen. Das war ein gutes Match, Maudado. Muss ich auch sagen. Hallo. Was denn? Was willst du denn? Ich habe doch auch geklatscht. Ja. Es ist mir leid, jetzt gerade. Zu spät. Zu spät. Du hast nur gehört, dass man gelobt wird, wenn man klatscht. Und dann hast du plötzlich geklatscht. Ganz ehrlich. Du hast auf der Safe-Zucht geklatscht. Ein Feiny, ne? Ja. Du bist auch ein Feiny, Mäli. Ja, willst du gleich auf Einer? So, Leute. Das war es mit der heutigen Folge der Olympischen Freedom Squad Spiele. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schaut unbedingt bei Maudado und Jumbo Let's Play vorbei. Beide oben verlinkt. Und dann habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Tschüss. Tschüss.